So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und ich habe mal wieder zwei Artikel von GOGAMES rausgesucht, ja, die eigentlich recht informativ sind, wo es wieder viel Neues zu berichten gibt, das möchte ich mit euch mal hier durchschauen. Niantic sucht neue Ideen für Pokémon GO. Pokémon-Karten, Geheimbasis und Fähigkeiten. Also, wer die anderen Spiele alle kennt und sonst was, dem werden die ganzen Begriffe sowieso immer ein Begriff sein, die ganzen Worte. Ich habe absolut keine Ahnung von den meisten Sachen, deswegen ist das alles für mich neu, vielleicht ist es für euch auch neu, aber um was geht es jetzt direkt? Hier ganz groß aufgezogen natürlich Pokémon-Karten in Pokémon GO. Hm, Feature in Pokémon GO. Pokémon GO basiert lose auf den Hauptspielen im Pokémon-Franchise. Dabei ging es zu Beginn primär um den Aspekt des Fangens. Nach und nach wurden weitere Elemente der Hauptspiele hinzugefügt, wie etwa das Tauschen oder eben auch Trainerkämpfe, seit neuestens auch Mega-Entwicklungen. Alle Aspekte, die Niantic von den Hauptspielen übernommen hat, sind jedoch auf das einzigartige Spielprinzip von Pokémon GO angepasst worden, sodass diese sich immer ein wenig vom Original unterscheiden. Neue Ideen In einer Umfrage, in einer E-Mail hat Niantic nun einige Spieler zu Ideen für die Pokémon GO-Sammlung befragt, wie einige Spieler auf Reddit berichten. In der Liste finden sich die folgenden Dinge, die wir für euch sinngemäß aus dem Englischen übersetzt haben. Pokémon mit einzigartigen Posen Klingt für mich jetzt uninteressant. Pokémon mit einzigartigen Fähigkeiten haben passive positive Effekte im Spiel. Kann ich auch nichts mit anfangen. Pokémon mit einzigartigen Wesen beeinflussen, wie sich die Werte eines Pokémon verändern. Das Wesen sagt euch was, mir nicht. Deswegen stehe ich da auch wieder auf dem Schlauch. Pokémon mit einzigartigen Bändern, Medaillen oder Markierungen. Klingt für mich auch wie Müll. Pokémon, die zu Charakteren im Franchise gehören. Zum Beispiel Misty's Stern-Doo, Giovanni's Nido-King. Okay. Finde ich schon eher interessant, obwohl... Was ist der Unterschied zwischen einem normalen Stern-Doo und Misty's Stern-Doo? Ich meine, sah das anders aus oder sonst was? Pokémon-Go-Schnappschüsse, die ihr von Freunden erhaltet. Hm. Brauche ich eigentlich auch nicht. Aufkleber, die ihr verschickt oder erhalten habt. Das ist auf jeden Fall ein Must-Have. Deko-Artikel für eine Geheimbasis. Ein spezielles Areal im Spiel, welcher euch gehört. Das klingt bis jetzt für mich irgendwie am interessantesten. Auch wenn das vielleicht... Na gut, Deko-Artikel für die Geheimbasis. Also, was macht ihr da? Ich weiß es nicht. Wenn ihr das wisst und dann könnt ihr das nur dekorieren. Das klingt erstmal interessant, aber im Endeffekt ist es auch... nichts. Sammelkarten von Pokémon. Jetzt... Jonas Winter verfolgt mich jetzt. Mann, Mann, Mann. Da nimmt man offline was auf und kriegt noch Abos dazu. Ähm. Deko-Artikel. Ne, nicht hier. Sammelkarten. Ihr könnt ja nicht nur den normalen Poké-Decks sammeln und den Shiny-Decks. Dann könnt ihr also auch den Sammelkarten-Decks sammeln, damit es von jedem Pokémon noch eine Karte gibt. Also, wie kriegt man die? Was macht man damit? Klingt auf jeden Fall auch interessant. Sachen zum Sammeln finde ich eigentlich immer gut und haben auch eine Langzeit-Motivation. Taucht da auf. Also, Sammelkarten von Charakteren aus dem Pokémon-Franchise. Zum Beispiel Misty, Ash, Rot, Professor Eich oder andere eintragen. Gut. Neue Ideen im Detail. Überfliegen wir das mal kurz. Fähigkeiten. Fähigkeiten wurden in der dritten Generation mit den Spielen Pokémon Rubin und Saphir eingeführt. Kenne ich wie gesagt nicht, habe ich mich nie mit beschäftigt. Dabei handelt es sich um besondere Eigenschaften, die sich teilweise im Kampf, aber auch teilweise außerhalb des Kampfes auf das eigene Pokémon oder auf die Gegner auswirken. Da Niantic hier bereits spezifiziert, dass es sich hierbei um positive Effekte handelt, gehen wir davon aus, dass nur bestimmte Fähigkeiten übernommen werden oder gar eigene Fähigkeiten und eigene Effekte für Pokémon GO erfunden werden könnten. Junge, Junge, Junge. Fähigkeiten wie Robustheit, die in den anderen Hauptspielen dafür sorgen, dass ein Pokémon nicht mit einem Schlag besiegt werden kann. Hätten zum Beispiel im Pokémon GO keinerlei Auswirkung, da es keine K.O.-Attacken gibt. Ach ja, wenn ich aber so einen WP-10-Raupi sehe in der Arena, mache ich einen Schlag und dann ist das tot. Wenn das robust wäre, dann müsste ich da zweimal draufhauen, bis es tot ist. Ja, gut, das ist Mist, das ist egal. Die Fähigkeit von Garados Bedroher senkt zum Beispiel den Angriff des Gegners, sodass man sich somit einen geringen Vorteil im Kampf verschaffen könnte. Fähigkeiten in Pokémon GO könnten aber auch so funktionieren, dass beispielsweise Pokémon vom Typ Pflanze automatisch wie eine Art Rauch fungieren und sofern man ein Pflanzen-Pokémon als Kumpel hat, könnte dieses so wilde Pokémon anloggen. Eigentlich hieß es ja eh irgendwann mal, dass verschiedene Rauchtypen kommen sollen. Dass es vielleicht auch einen Feuerrauch gibt, der Feuer-Pokémon anloggt oder sonst wie. Bei diesen bestimmten Rauch-Events war das ja so, dass bestimmte Typen angelockt wurden, aber das war ja dann vorgegeben. Das waren ja keine bestimmten Rauchs, die eingeführt wurden. Ah, die macht schon wieder die Tüte kaputt. Ansonsten Fähigkeiten. Ich meine, das klingt alles trotzdem wie in der GBL, wenn ihr kämpft und eure Attacken spezielle Wirkungen auf die Gegner haben. So klingt das ja auch. Gegner, sonst was hier. Ich glaube, dass in Raids hat das wahrscheinlich wieder nichts zu tun, sondern auch wieder nur mit Trainerkämpfen, Go Battle League, wie auch immer. Wesen. Wesen wurde ebenfalls in der dritten Generation eingeführt und beeinflussen, welche Werte eines Pokémon sich stärker entwickeln und welche schwächer. Einige Wesen sind eher defensiv ausgelegt, andere eher offensiv, sodass sich beispielsweise der Angriff schneller steigert als Pokémon, aber dafür leichter Einbußen in die Verteidigung hat. Mach doch mal was, dass man generell die Werte des Pokémon stärken kann, trainieren kann, hochpushen kann, sodass man sich hundertprozentige Pokémon züchten kann, wenn man ein 98er Despo da hat. Und das hat 14 Angriff, dass ihr mit diesem Despo da bestimmte Sachen machen müsst, damit der Angriffswert von 14 auf 15 steigt. Das kann lange dauern, das kann voll mühsam sein, aber dass ihr dann am Ende ein perfektes Despo da habt und das alles nicht mehr ein Glücksprinzip ist. Ihr habt einmal die Möglichkeit bisher gehabt, ein Mew zu bekommen, das wird gewürfelt, ob ihr ein gutes bekommt oder ein schlechtes. So hat jeder die Chance, mit viel Mühe, Kraft und Fleiß, sich eben ein richtig gutes Mewtwo ranzuholen. Die, die natürlich Glück haben und haben schon ein Hunderter, die müssen damit nichts machen, aber fände ich auf jeden Fall immer noch eine gute Sache, aber das wird irgendwie nie erwähnen, das kommt nie ins Gespräch, leider. In den Hauptspielen wird ein Wert um 10% gesenkt, der andere um 10% gesteigert. Ob oder wie genau sich diese Veränderung durch das Wesen im Pokémon GO auswirken könnte, können wir nur spekulieren. Das ist mir alles schon wieder viel zu kompliziert. Fähigkeiten brauche ich nicht, Wesen brauche ich auch nicht, also gucken wir mal Pokémon aus dem Franchise. Hier sind insbesondere Fans der Hauptspiele, aber auch Fans des Pokémon-Anime angesprochen, denn gerade im Anime gibt es viele einzigartige Pokémon, die es eigentlich so im restlichen Universum nicht gibt, wie etwa das Crystal Onyx oder Ash's Kwayutsu. Crystal Onyx, okay, habe ich auch noch nie gesehen, ist das weiß. Klingt auf jeden Fall cool. Auch Pokémon wie das Struppel-Orpichu können so ihren Weg in Pokémon GO finden. Finde ich schon dann also viel interessanter, bevor wieder irgendwelche komplizierten Sachen kommen, packt einfach ein paar Spiele, das ist ja eigentlich, man könnte mal denken, das ist schon wieder so wie ein Kostüm dann. Ihr habt ja auch die Klon-Pokémon gehabt, die halt kurz anders aussahen, die man geradet hat oder gefangen hat, und das war's. Was dann die Shinies, die eine andere Farbe haben. Hm. Spezielle Pokémon aus dem Franchise, okay. Sieht trotzdem aus wie Kostüme im Endeffekt. Der hat halt als Kostüm Haare auf seinem Ohr. Geheimbasis. Die Geheimbasis ist ein Feature, welches in der dritten Generation eingeführt wurde und auch in den Editionen Diamant und Perl zu finden war. Die Geheimbasis ist eine Art Wohnzimmer, welches sich der Spieler selbst an einer fast beliebigen Stelle im Spiel einrichten kann. Diese Geheimbasis kann man beliebig dekorieren mit verschiedenen Betten, Teppichen, Tischen, Postern und Plüschfiguren. Okay. In den Hauptspielen kann man die Geheimbasis nutzen, um dort zu übernachten und so seine Pokémon zu heilen. Wir haben ja Tränke. Oder um Items am PC abzulegen oder die Pokémon in seinem Team zu wechseln und am PC abzulegen. Gut, ihr konntet da immer nur sechs Stück mit rumschleppen, glaube ich. Sechs? No. Wir haben das ja nicht. Wir haben eigentlich alles immer dabei. Braucht man jetzt was zum Ablegen? Ich glaube eigentlich nicht. In Pokémon Go könnte die Geheimbasis ebenfalls die Funktion haben, zusätzliche Items abzulegen oder zusätzliche Pokémon abzulegen. Das, ich glaube trotzdem, ich meine, Niantic erhöht regelmäßig die Item-Aufbewahrung. Ich möchte natürlich, dass ihr euch eine Beutelerweiterung und eine Item-Aufbewahrung-Dings kauft. Wenn jetzt die Möglichkeit gibt, dass ihr Items und Pokémon woanders lagern könnt, dann kauft das ja keiner mehr. Dann haben die ja gar keinen Umsatz mehr in dem Sinne. Also ich glaube nicht, dass sowas kommen könnte oder würde oder dass die Leute unbedingt jetzt, dass die Nachfrage groß ist, sagen wir es mal so. Aktive Spieler, die hauen sich sowieso sofort immer alles hoch aufs Maximum, wenn der Beutel erweitert wird oder alles andere. Ich glaube, für die wäre das auch dann uninteressant. Und so ein bisschen Schickimicki, ich stehe mir da eine Pflanze hin und da haue ich mir einen Teppich rein. Ich glaube, ja, das ist so eine Mädchensache, sage ich mal. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk, was... Ach so, ja, abgesehen davon sind wir aktuell überfragt, wie man eine Geheimbasis im Pokémon Go nützlich machen könnte. Gar nicht, super. Pokémon Karten, das Pokémon Sammelkarten-Spiel ist neben Magic the Gathering und Yu-Gi-Oh! Eines der bekanntesten und beliebtesten Sammelkarten-Spiele der Welt, welches auch regelmäßig in offiziellen Meisterschaften und den Pokémon World Championships vertreten ist. Grundsätzlich gibt es alle Pokémon auch als Pokémon-Karte. Eine Pokémon-Karte an sich ist also keine neue Idee. Ob Niantic die Karten also nur zum Sammeln im Pokémon Go einführt oder langfristig auch das Kämpfen mit den Karten ins Spiel einführen möchte, ist noch reine Spekulation. Aktuell würden wir jedoch eher rein vom Sammelaspekt ausgehen. Ja, kämpfen wir über Karten? Wir haben doch schon die richtigen Pokémon. Warum sollten wir die richtigen Pokémon, die wir haben, ignorieren und plötzlich mit Karten kämpfen? Ist doch Quatsch. In der realen Welt gibt es keine richtigen Pokémon, also hat man Karten davon. Aber in Pokémon Go, das ist nicht real. Da habt ihr doch Pokémon. Da braucht ihr auch keine Karten zum Kämpfen. Könnte man ein Minispiel einführen in Pokémon Go, dass man mit virtuellen Karten, die man sich nicht im Laden kauft, sondern auch in der App sammeln kann, so als kleinen Gag, aber dass irgendwann Karten die richtigen Pokémon ersetzen und die Kämpfe ausmachen, glaube ich eigentlich auch wieder nicht. Achso. Unsere Einschätzung, scheinbar ist Niantic aufgefallen, dass die Motivation wie immer für immer mehr Pokémon mit Hüten gesunken ist und nicht jeder Spieler bereit ist für Shinies mit Hut oder Shiny-Ecognito-Raid-Pässe zu investieren. Stehe ich nicht, was das Ganze damit zu tun hat. In unseren Augen sucht Niantic auf diesem Wege aktiv nach neuen Möglichkeiten, um Geld zu verd... Um Geld zu verdienen und die Vorgehensweise ist tatsächlich clever. Durch die Umfrage bestimmen die Spieler indirekt selbst, was sie möchten. Davon ausgehen, sie möchten das, was Niantic vorschlägt und Niantic hat direkt eine Kontrolle, wie beliebt ein Feature ist und wie hoch die Bereitschaft wäre, dafür Geld auszugeben. Was hat das alles hier aber dann mit Geld zu tun? Ich sehe bisher noch keinen Geldaspekt. Selbst wenn sie weitere kostümierte Pokémon bringen, ihr könnt auch ein normales einfach fangen und dann ist gut. Das zwingt euch doch keiner, Shinies zu haben. Warum sollt ihr eine Geheimbasis kosten? Ja gut, das Team zu wechseln hat ja auch gekostet. Das Team Medaillon. Man hätte das ja trotzdem einmal im Jahr freischalten können für die Leute, dass sie wechseln und dann ist gut, anstatt dass man es sich kaufen muss. Insbesondere für die Spieler, die bereits von Anfang an dabei sind, kann Pokémon Go sehr schnell sehr langweilig werden. Finde ich nicht. Die aktuellen Raid-Bosser wiederholen sich immer wieder. Ja gut. Und wer schon viele Shinies hat, ja. Oder sich nicht für Shinies interessiert, doch. Für den gibt es mehr oder weniger nichts zu tun. Die Medaillen vielleicht voll machen, ja. Da die diversen Sammelaspekte bereits in den Hauptspielen existieren, sehen wir es durchaus auch positiv an, wenn diese auch den Weg zu Pokémon Go finden, auch wenn diese neuen Ideen nicht wirklich neu sind. Fähigkeiten und Wesen dürften je nach Auswirkung im Spiel für Trainerkämpfe oder den allgemeinen Spielverlauf sehr interessant sein. Ich will nichts, was mit Kämpfen zu tun hat. Lasst mich damit in Ruhe. Ich komme schon immer kaum dazu, GBL zu spielen, obwohl das möchte man ja nachher noch machen im Livestream. Wir hauen das mal hier weg, denn wir haben noch was anderes gefunden. Wir haben noch mal eine Datamine-Auslesung, wo es schon wieder um neue Kostüme geht. Ja, die sind nicht so begeistert von Kostümen, deswegen gibt es als nächstes wieder neue Kostüme. Außerdem wurde die Attacke Windstoß nochmal gefunden mit... Die Attacke wurde offiziell angekündigt, wird im Rahmen des Flying Cups der vierten Season der Go Battle League veröffentlicht, genau. Denn bald kommt der Flugcup. Und dann habt ihr von 18 bis 24 Uhr, glaube ich, Zeit, sechs Stunden, könnt den Flugcup spielen in der Go Battle League, die auf 1500 WP begrenzt ist und nur Pokémon des Typs Flug da teilnehmen können. Und wenn ihr in dieser Zeit, in diesen sechs Stunden, einen Tauboger zu Taubos entwickelt, bekommt das die Attacke Windstoß. Und so, glaube ich, müsste das jetzt passen. Achso, steht ja auch da. Sofortattacke ist das übrigens. Neue Kostüme, das... Keine Ahnung, was das hier... In der Community ist es schon lange ein Running Gag, dass Niantic statt neuer Feature oder Verbesserung bestehender Feature einfach Pokémon in einem neuen... einen neuen Hut aufsetzt und dies als neuen Inhalt vermarktet. Im Code wurden nun gleich 20... In Worten, 20 neue Kostüme entdeckt. Aber hier steht noch was mit Halloween, No Evolve, bla... Und dann hier nochmal alles dabei. Zehn dieser kostümierten Pokémon können sich nicht entwickeln. Zehn scheinen eine Entwicklung zu haben. Um welche Pokémon es sich handelt oder um welche Kostümierung, zu welchem Anlass, geht bislang aus der Dada Mai nicht hervor. Die Kostüme des Halloween-Events wurden ebenfalls mit dem Zusatz No Evolve versehen, also Pokémon, die man nicht entwickeln kann. Die Hoffnung auf ein Raupi mit Cowboy-Hut stirbt also noch nicht. Ich hätte es aber trotzdem wenigstens cool gefunden bei den letzten Pikachus da mit dieser Lucario-Mütze, mit dieser Rayquaza-Mütze, wenn das Shiny-Pikachu auch eine Shiny-Mütze gehabt hätte. Eben das normale Pikachu mit einer normalen Rayquaza-Mütze, aber das Shiny-Pikachu mit einer Shiny-Rayquaza-Mütze. Das wäre auf jeden Fall... Das wäre richtig genial gewesen. Aber auf solche Ideen kommt halt wieder keiner bei Niantic. Neue Filter? Das raf ich sowieso nicht. Mit jedem weiteren Pokémon und jeder weiteren Entwicklungsmethode wird Pokémon Go unübersichtlicher. Ein neuer Suchfilter wurde entdeckt, der die Pokémon mit einer möglichen Mega-Entwicklung herausfiltert. Okay. Der Suchfilter für Pokémon, die sich mit einem Item entwickeln, wurde erneut hinzugefügt. Scheinbar war dieser vorübergehend entfernt worden. Das ist eben auch komisch. Mit einem Item entwickeln, das gab es doch die ganze Zeit. Das war doch schon drin. Jetzt wird es hinzugefügt. Es wurde also rausgenommen, ohne dass es überhaupt jemand gemerkt hat. Neue Kategorie für den Avatar. Bislang könnt ihr in eurem Profil unter dem Punkt Individualisieren euren Avatar einkleiden und verändern. Dort werden auch folgende Kategorien vorgeschlagen, innerhalb derer ihr Erinnerungen vornehmen könnt. Hosen, Mützen, Brillen, Oberteile, Rucksäcke, Handschuhe, Unterteile, Socken, Handschuhe. Mhm. Künftig soll zusätzlich die Kategorie Gesicht erscheinen. Wir gehen davon aus, dass diese neue Kategorie mit den Halloween-Masken zusammenhängt, die in der letzten Datamine entdeckt wurden. Dann sind wir mal gespannt, wenn Halloween kommt. Oh, Willos Freund. Ebenfalls in der vergangenen Datamine wurden zusätzliche Charaktere entdeckt, mit denen Professor Willow interagieren kann. Diese Personen sollen kleine Gastauftritte in den Dialogen von Professor Willow haben, tauchen also vermutlich in Spezialforschungen oder ähnlichen auf. Er kann wüten, glücklich, lachen, traurig, überraschen oder verängstigt reagieren. Also, was genau Professor Willow mit seinen Gesten anstellt, dass diese wüten oder verängstigt sind, gibt Anlass zur Besorgnis. Questentwicklungen. Auch eine coole Sache, Questentwicklungen sind wieder zurück im Code. Waren mal drin, sehen wieder raus. Man dachte immer, das hat mit den Megaentwicklungen zu tun, dann nicht mehr. Nun sind sie zurück. Aber wofür? Es handelt sich dabei um Aufgaben, ob Feldforschung oder Spezialforschung ist unklar, die notwendig sind, damit sich ein Pokémon entwickeln kann. Da es sich scheinbar nicht um Megaentwicklungen handelt, könnte es sich dabei auch um Pokémon wie Galaporenda handeln, welche sich zu Lauchzelot weiterentwickelt. Muss man alles sehen, wenn es natürlich dann soweit ist. Ein zusätzliches Dropdown-Menü für die Questentwicklung wurde außerdem im Code entdeckt. Dies deutet zumindest in unseren Augen darauf hin, dass die Aufgaben individuell für jede einzelne Pokémon aufzurufen sind und nicht für alle Pokémon allgemein gelten. Neue Fitnessbelohnung? Ach, das brauche ich jetzt nicht. Herunterladen aller Grafiken. Aktuell speichert Pokémon Go Grafiken nicht lokal auf dem Handy, sondern zieht sich diese bei jedem Neustarter-App immer wieder aus dem Netz. Dies sorgt im Zweifelsfall dafür, dass euer Datenvolumen sehr schnell aufgebraucht wird. Bei mir geht's eigentlich. Gemäß dem Vorbild von Harry Potter Wizards Unite soll es künftig die Option geben, alle Grafiken vorab herunterzuladen und lokal auf dem Handy zu speichern, sodass diese vom Handy direkt geladen werden und weniger Datenvolumen verbraucht wird. Fotogalerie? Eine weitere Funktion, die Naendika aus einem anderen Spiel übernimmt, ist die Möglichkeit, eine Fotogalerie anzusehen. Im Spiel Ingress ist es möglich, zu einem Portal mehrere Bilder hochzuladen und auch über die Bilder abzustimmen. In diesem Beispiel hat das Portal ein Bild und dieses Bild gefällt zwei Spielern. Hätte dieses Portal mehrere Bilder, würde man hier auch eine kleine Vorschau der weiteren Bilder sehen. Das Bild, welches den meisten Spielern gefällt, ist automatisch das Bild, welches im Spiel als erstes angezeigt wird. Oder im Falle von Pokémon Go, das einzige Bild, welches angezeigt wird. Aber wozu dann mehrere Bilder rein und dann wird immerzu unterschiedlich bewertet? Dann habt ihr eine Kirche, die sieht einmal so aus, dann einmal so, dann einmal so. Dann sieht euer Pokestop jeden Tag anders aus, weil sich die Bewertungen ändern oder wie? Es sind schon manche Arenen, hier habe ich gedacht, die sind neu. Dabei hat sich das Bild einfach nur geändert. Auswirkungen auf Pokémon Go. Auf den ersten Blick erscheint dieses Feature recht sinnfrei, abgesehen vom Bestimmen des Anzeigebildes. Doch die Funktion der Likes und der einzelnen Bilder hat deutliche Auswirkungen auf Pokémon Go. Wer sich bereits mit einer Yenik-Way-Fahrer befasst hat, weiß, dass bei einer bestimmten Anzahl Wegpunkte in einer Level 14 S2-Zelle neue Arena entstehen. Durch die Anzahl der Bilder und Likes auf dem Pokestop kann bestimmt werden, welcher Stop zur Arena wird, nämlich schlicht der mit den meisten Bildern und Likes. Okay, dann bewertet alle schön immer eure Sachen. Alles mit den meisten Likes wird dann zur Arena, falls eine Arena entsteht, alles. Ach, ihr kennt euch bestimmt damit aus und wenn nicht, dann versucht euch gar nicht da reinzudenken. Das ist auf jeden Fall eh komisch. Was gibt es, auf was man sich jetzt freuen kann? Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was diese Quest-Entwicklungen sein werden und ob man sich Masken aufsetzen kann zu Halloween. Was für Pokémon noch reinkommen mit Kostümen wieder mal. Muss ja ein ganzer Haufen sein. Windstoß wird an mir wieder vorbeigehen und dann hat das wieder jeder in der GBL und nutzt das. Ansonsten, ihr seht, es kommen jeden Tag so viele Infos, so viele kleine Infos, große Infos. Wenn man alles vorlesen wollen würde und sich mit allem beschäftigen, man würde überhaupt gar nicht mehr fertig werden. Das wollte ich trotzdem nochmal, falls ihr das noch nicht gehört habt, einfach mal so zusätzlich. Und ich würde sagen, wir sehen uns nachher trotzdem in der GoBattleLeague wieder. Ich habe noch keinen einzigsten Kampf gemacht. Ich muss das nachher mit euch machen. Wir werden nachher noch ein Team suchen und wir müssen jetzt erstmal einkaufen. Bis nachher. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.